Hallo liebe ReptilTV-Gemeinde, heute wieder eine Technikfolge, wobei das Ganze hier völlig untechnisch aussieht Heute geht es um Deko, bzw. um die ganzen Holzdeko Sachen, die man so hat für sein Terrarium Da möchte ich euch mal die Sachen, die es so weitläufig gibt, zeigen Für was sie sich eignen, für was sie sich nicht eignen Vorneweg ist immer die Frage nach der Hygiene bei so Dekosachen Ich weiß noch vor fast 30 Jahren, als ich angefangen habe als Terrarianer Da habe ich so Sachen in den Backofen geschoben oder in der Dusche abgebraust Mit kochendem Wasser abgedampft und weiß der Herrgott was Ich glaube, ist alles nicht nötig, also in der Natur tut auch niemand das Zeug abbrausen, wo die Schlangen rumkriechen Von dem her ist das Risiko sich damit etwas einzuschleppen gegen Null gehen, würde ich sagen Vorausgesetzt die Dinge waren nicht in irgendeinem anderen Terrarium drin Klar, wenn ich jetzt so einen Ascht habe, der in irgendeinem Terrarium war, wo irgendein todkrankes Tier drin war Dann würde ich den natürlich nicht einfach unbehandelt in das neue Terrarium machen Oder mit irgendwelchen Milben oder Parasiten, hatte ich Milben im Terrarium Dann sind natürlich auch jede Menge Milbeneier oder Schonstickes wahrscheinlich drin Dann könnt ihr das nicht verwenden Aber wenn diese Sachen aus der Natur, in Anführungsstrich frisch aus der Natur kommen Oder aus dem Handel kommen, oder wenn ihr euch die selber im Wald gesucht habt Also ihr müsst das Zeug nicht unbedingt irgendwo kaufen Geht in den Wald und holt euch schöne äste Steine, Schonstickes Meiner Meinung nach, man kann es kurz abwaschen, aber dann ist das Picobello Kann ins Terrarium rein, da passiert nach meiner Erfahrung absolut gar nichts Und da stehe ich dazu Also jetzt Stück für Stück hier von meinen Utensilien Hier als erstes habe ich so eine Weinrebe Gefallen mir persönlich super gut, weil die so knorrig sind, so schön groß sind Für ein Schlangenterrarium toll geeignet Hier zu beachten, diese Reben fangen im feuchten Terrarium des Schimmeln und des Gammeln an Also ist nur etwas für ein eher trockenes Terrarium Sei es Wüstenterrarium oder vielleicht noch für so ein Kornarterterrarium oder so Sind die Weinreben super, sind schön groß Aber nicht, also gerade Python, Boas, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist, würde ich euch eher abraten Da fangen die Teile des Schimmeln an Schimmeln ist dann ein gutes Stichwort Das mache ich gleich hier drüben weiter Man macht ja in der Terraristik viel mit Kork Da gibt es diese Kork Tronchos Das sind Kork Stämme, Kork Äste, große, kleine, ich habe jetzt hier mal einen größeren genommen Die ganzen gibt es dann noch mehr verzweigt Der Vorteil am Kork ist einfach, da schimmelt gar nichts, nicht umsonst sind auf Weinflaschen oder auf Flaschen Korken drauf Ein Kork hält, also wenn ich den ins Terrarium rein stelle, das kann ich nur vererben wenn ich will Der sieht in 20 Jahren noch fast so aus wie jetzt Eignet sich also für feuchte Terrarien Diese Tronchos selber sind natürlich auch wahnsinnig stabil Also für große Echsen, große Leguane, große Warane, große Schlangen optimal Diese Kork Tronchos Bleibe ich gerade beim Kork So wie es den Troncho gibt, gibt es auch den hohlen Kork Zum einen kann ich den als Versteck, oder die Tiere können es als Versteck verwenden Dann ist er auch nicht so schwer wie die Tronchos Dieser Kork wird von den Bäumen, von den Korkeichen abgeschält Oder wie jetzt in dem Fall ist es ein alter Stamm Wo in der Mitte das Holz Geht mit der Zeit raus, löst sich auf Außenrum die Korkrinde selber Wie gesagt, löst sich in Jahrzehnten nicht auf Bleibt dann dieser hohle Kork übrig Gibt es in verschiedenen Durchmessern, das ist jetzt ein dünner Gibt es aber auch bis, wir haben Kork Röhren da Mit 30-40 cm Durchmesser für große Tiere Oder die man dann auch Teile davon als flachen Kork verwenden kann Als Versteck verwenden kann Also für feuchte Terrarien und als Versteck Perfekt geeignet, auch bei Echsen Was die Feuchtigkeit ebenfalls gut aushält, sind die Kokosnüsse Hier ist so Klebeband außenrum, die kommen so zugeklebt Wenn man die kauft, ist ja was, was man im Wald wahrscheinlich nicht finden könnte Ich wüsste kein Wald bei uns, wo es Kokosnüsse gibt Also das ist dann was, wo ihr kaufen müsst Die sind innen drin leer hohl, die Nuss ist entfernt Also habe ich nur diese Kokosfasern Auch ganz guter Feuchtigkeitsspender, die kann ich schön feucht halten Habe ich ein feuchtes Versteck für meine Tiere Kokos selber schimmelt oder gammelt auch fast gar nicht Also kann ich wirklich jahrelang feucht halten, ohne dass das modert oder zerfällt Oder sowas, habe ich ein schönes feuchtes Versteck für meine Tiere Dann kommen wir zu den Dingen, die schön aussehen Aber auch nicht ganz so witterungsbeständig sind Beziehungsweise ist es so zwischendrin, zwischen den Weinreben, wo ich vorher gesagt habe Und Sachen wie Kork Das ist so Triftwood Triftwood, wie der Name sagt, das ist so angeschwemmtes Holz Kommt aus tropischen Ländern in der Regel, wird es exportiert Wird dort am Strand aufgesammelt, also auch nichts was in der Natur fehlt Von dem her eigentlich eine schöne Sache Sieht immer schön aus Vom Wasser natürlich dieses abgewaschene, diese helle Farbe Das hier ist auch so ein Triftholz-Stückchen Optisch wirklich sehr schön, finde ich selber Ist auch immer relativ groß, also als Kletteräste geeignet Allerdings nicht ganz so robust und nicht ganz so langlebig Wie jetzt der Kork ist, den ich vorher angesprochen habe Beziehungsweise hier die Mangrovenwurzel, die ich euch gleich noch zeige Die sind natürlich bei Feuchtigkeit noch besser Die schwimmen auch für die Leute, die es ins Wasser legen wollen Das treibt oben Wenn es irgendwas sein soll, was untergeht Dann muss ich hier, nehme ich gerade mal raus, wenn ich jetzt schon damit angefangen habe Dann muss ich hier so Mangrovenholz nehmen Das ist ein ganz schweres Holz Hält sich Jahrhunderte im Terrarium Optisch finde ich auch eine Kunst für sich eigentlich Da gibt es wirklich super schöne Stücke Ich kenne Leute, die machen da irgendwelche Dekorationen für die Wohnung sogar daraus Kann ich nachvollziehen, also ich kann mich auch begeistern für solche Holzsachen Wie gesagt, ist ganz schwer, ist ein ganz massives Holz Schimmelt nicht, fault nicht Hält sich im Terrarium jahrzehntelang Beziehungsweise wird auch für Aquarien verwendet Weil das ist so schwer, das geht sogar unter Also das trifft Mangrovenwurzel, sagt man dazu Dann kommen wir nochmal auf den Kokos zurück Kokos wird viel verwendet in der Terraristik Das hier sagt man Papa-Holz dazu Sieht ein wenig aus wie ein Baseballschläger oder sowas Kann man auch als nette Deko reinlegen Hat immer diese Form Letztendlich sind das einfach die Äste der Kokospalme Also hier ist es am Stamm dran und hier ist das so dieser Ast Der hier am Stamm weggemacht wird, hier abgehackt wird In Ländern wie Sri Lanka, in asiatischen Ländern ist das ja letztendlich auch Abfallprodukt Früher haben die es verfeuert oder weggeschmissen Und jetzt kann man es für die Terraristik nehmen Das hier kommt auch aus der Kokospalme Das sind Kokosrispen Hier sind die Samen dran, das ist oben an der Kokospalme oder in den einzelnen Stämmen so drin Wie gesagt, da sind normalerweise die Samen dran Gibt es noch etwas größer, das Papa-Holz, was ich gerade gezeigt habe, gibt es auch noch etwas länger Eigentlich auch eine ganz nette Deko zum reinlegen Vielleicht nicht ganz so als Klettermöglichkeit oder als Asch geeignet, sondern eher so als Deko zum reinlegen Dann kommen wir weg vom Kokos Bleiben in den asiatischen Ländern, das sind so Lianen Zu denen sagt man Affenleitern hier, weil sie wie so eine Leiter zum Hochklettern sind Normalerweise sind es zwei, drei Meter lange Stücke Beziehungsweise wenn man es kauft, in der Regel kauft man es meterweise Ist vor allem für große Terrarien geeignet, wenn ich einfach quer durchs Terrarium so ein großes anbringen will Wo ich dann weitere, vielleicht Kunststoffpflanzen oder andere Sachen anbringe Kann ich quer durchs Terrarium durch reinstellen und weitere Dekoartikel anbringen Von der Beständigkeit auch unproblematisch, also schimmelt nicht, gammelt nicht, kann ich reinmachen, hält sich ebenfalls jahrelang Dann gibt es noch solche kleine Spinnenholz, sagt man dazu Sind in der Regel eher kleinere Dekostücke, so wie das hier, das ist ein wenig die Standardgröße Also eher für ein bisschen kleinere Terrarien oder Spinnenterrarien oder so, ist schön verzweigt Aber weniger jetzt, sind keine langen Kletteräste oder sowas dran Also eher kleinere Terrarien reinlegen oder in einem großen so wenig als Blick fangen oder als schöne Optik Oder kann letztendlich dann wird es zum Teil als Versteck genutzt oder sowas Ebenfalls recht beständig, auch mit Schimmel oder auch für Feuchterrarien geeignet Ich lasse es gerade mal in der Hand, weil jetzt habe ich lauter Holzsachen gezeigt Wenn ihr euer Terrarium so mit Holz dekoriert, immer noch etwas Grün mit dazu machen als kleiner Tipp Weil in dem Moment mache ich alles Holz, sieht alles ein wenig triste aus, wenn alles so braun ist da drin Also schon mit etwas Grün, sei es Kunstpflanzen, sei es echte Pflanzen, mit etwas Grün auflockern Dann macht das gleich ein schöneres Bild und dann habt ihr eine super schöne Terrarienausstattung Zum einen ist das Ganze ja für die Tiere da, die sollen sich da verstecken können, die sollen da klettern können Die sollen sich damit wohlfühlen können oder zum Häuten verwenden können Aber das Terrarium ist ja auch oft ein Blickfang in der Wohnung Und wenn ich das natürlich mit so schönen Hölzern einrichte, dann sieht das natürlich auch noch toll aus Und ein Schmuckstück in der Wohnung und dazu gibt es diese zig verschiedenen Dekomaterialien Damit ihr da eure Fantasie freien Lauf lassen könnt Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!